hallo alle zusammen ja mal ein klein wenig anderes intro das ist einmalig ja heute mal ein kleines video hier aus dem grenzbahnhof waldkirch ich wünsche euch viel spaß und viel vergnügen beim anschauen dieses kleinen videos so auf geht's sehr geehrte fahrgäste die abfahrt des zuges wird sich um einige minuten verzögern da wir noch auf anschlussreisende warten wir bitten um entschuldigung sehr geehrte fahrgäste bitte beachten sie den folgenden sicherheitshinweis bitte lassen sie ihr gepäck nicht unbeaufsichtigt melden sie verdächtige beobachtungen oder herrenloses gepäck umgehend unserem personal oder der polizei meine damen und herren an gleich 2 bitte steigen sie jetzt ein und schließen sie bitte die türen dankeschön vorsicht bei der abfahrt ja 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 Schöne Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung an Ice 2, binnen steigen, Türen schließen selbstständig, Vorsicht bei der Abfahrt. Schrauben Sie sich an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017